Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. In der letzten Folge haben wir uns um die Inneneinrichtung hier gekümmert. In diesem Haus. Und sind relativ weit gekommen. Haben hier im ersten Raum ziemlich viel fertiggestellt. Haben hier alles soweit umgebaut. Haben unser Bett noch im Inventar, das in der letzten Folge der Creeper in die Luft gejagt hat. Ähm, ich glaube das behalten wir aber erstmal. Denn, ähm, ich habe mittlerweile herausgefunden wie man Zäune craftet. Das Crafted Rezept hat sich nämlich geändert. Ähm, und das wusste ich nicht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ähm, wir brauchen ein paar Sticks dafür. Und zwar, so und so. Und jetzt haben wir... Okay. Ich habe vergessen wie das funktioniert. Das, äh, werde ich dann nochmal rausfinden. Verdammt. Hm. Ähm. Okay. Da wir das dann jetzt geklärt haben. Hier, ähm, diesen Raum wollte ich jetzt eigentlich soweit so lassen. Das sieht soweit, äh, gar nicht übel aus. Mit den, ähm, mit den Quarzblöcken hier und, ähm, den anderen Blöcken. Alle als, als Arbeitsfläche und so weiter. Was ich in diesem Raum mache, äh, weiß ich noch nicht so genau. Aber, ähm, garantiert auch irgendwas. Ähm, hier hinten. Mal sehen. Ach ja, genau. Die, das Wasser wollte ich noch holen für den Teich. Da war was. Haben wir überhaupt genug Eisen? Wahrscheinlich wieder nicht. Ach, überhaupt, ähm, ja. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, äh, oder falls ihr es noch nicht hört, ähm, ich habe jetzt ein neues Headset gekauft. Endlich mal. Weil, das Alter hat langsam den Geist aufgegeben. Äh, die Qualität sollte ein bisschen besser sein als vorher. Nicht sonderlich viel. Aber, ähm, ich habe jetzt auf den Logitech G230 gewechselt. Funktioniert ziemlich gut. Ja, ähm, nichts Schlimmes. Okay, ähm, bevor ich jetzt noch mehr den Faden verliere. Habe ich noch irgendwas dabei, was ich brauche? Okay, wir haben nur eine Menge Fackeln dabei. Ops, das ist die falsche Taste. Haben wir noch ein bisschen was zu essen dabei. Wahrscheinlich wieder nicht. Doch ein paar Ofenkartoffeln haben wir noch. Die können wir uns eben reinpfeifen. Und dann können wir hier innen schon mal gucken, ob wir nicht noch wieder ein paar... Bäume hinsetzen. Und zwar einen hier. Einen hier. Oh, ein Apfel. Und einen etwa hier. Um die, ähm, den Weg hier... Ach so, den kann ich eigentlich auch schon mal aufheben. Denn hier muss ja noch ein Weg rein, um diese inneren... Wow, spinne. Irgendwo. Um diese inneren, ähm, Wege hier zu verbinden. Äh, wir haben gerade keine Schaufel dabei. Daher machen wir das später. Oder in einer anderen Folge. So, und dann gehen wir uns jetzt eben einige Eimer holen. Die müssten drüben im großen Haus liegen, theoretisch. Da müssten wir auch mal einen vernünftigen Weg hinbauen. Oder gleich mal einen direkten Weg, damit wir hier nicht immer durch den Wald rennen müssen. Ähm, um zu dem Haus da drüben zu gelangen. Hoch. Nicht runterfallen hier. Komm. Und, äh, genau. Um überhaupt mal, ähm, die komplett wirre Struktur dieses Videos beizubehalten. Ich hab mir jetzt auch eine neue Maus gekauft. Ähm, ich hoffe, dass ich so langsam mal mein Update-Video rauskriege. Äh, das ich, ähm, eigentlich gleich, nachdem ich diese Folge aufgenommen hab, filmen will. Denn, äh, gibt ein paar Updates seit dem letzten, äh, was passiert offscreen? Ist ja eine Weile vergangen. Ähm, in der Zwischenzeit hat sich hier einiges getan. Am, am Rechner, am Setup, ähm, und am, an, an, aua, an allem, was hier so ist. Oh. So, und, ähm, ja, an allem, was ich hier so verwende, an Hardware und so weiter. Ähm, das, ja, will ich jetzt, ähm, so langsam mal, müsste ich so langsam mal wieder vernünftig filmen. Und, ist hier noch was drin? Ist noch kein Eisen mehr? In den Öfen ist auch nichts mehr drin. Ist hier noch irgendwas drin? Nein. Hier sind noch was Slatsölig-Blöcke. Und dieser Boden ist immer noch extrem verstörend. Haben wir hier einen Eimer? Hier müssten eigentlich nur Eimer sein. Dann haben wir nicht noch einen anderen. Nein, hier sind Eimer. Hier sind allerdings nur zwei Wassereimer. Und ein leerer Eimer. Das sollte aber reichen. Ist da noch irgendwas? Eine Angel? Ein bisschen Kram? Nö. Okay. Das sollte allerdings reichen, um eine, äh, um eine Infinite-Quelle zu errichten. Wie wir das ja bereits hier vorher einmal getan haben. Und, ähm, damit könnten wir dann drüben den ganzen Teich ausfüllen. Theoretisch. Unsere Brücke hier, die wir eigentlich mal nach unten hin stabilisieren sollten auf den Boden. So einen kleinen Brückenpfeiler rein oder so. Das sähe garantiert cool aus. Dass man hier nicht immer einfach nur so, so eine Brücke hat, sondern so einen kleinen, dass wir so einen kleinen Pfeiler da unten hinsetzen. Aber das sind im Moment nur minimale Sachen. Die wir irgendwann mal bei Gelegenheit machen können. Wir sollten uns jetzt erstmal ans große, ganze Projekt halten. Und das ist so langsam mal das Haus da drüben fertig kriegen. Hallo Einschaf. Ja, hallo Einschaf. Hallo Einschaf. Ja, genau. Und da ist schon wieder ein Skelett und da wäre ich fast immer gefallen. Ja, hängt mal eben eine Runde im Boden rum. Ist auch kein Ding. Äh, diese Häuser, äh, diese Räume hier sind ziemlich groß geworden. Da müssen wir mal gucken. Gucken. Hier spawnen immer noch Mobs. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Obwohl das ziemlich hell ist, wobei wir hier diese beiden, wir könnten natürlich auch diesen, ähm, jetzt machen wir halblang hier. Wir könnten, ähm, theoretisch diesen Kronleuchter zweiteilen und einen Kronleuchter hier irgendwo hinstellen und den anderen Kronleuchter dort hinhängen. Das wäre wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee, das würde uns ein bisschen flächigere Ausleuchtung bescheren. Aber bevor das Ganze jetzt hier wieder so langsam Nacht, dann setzen wir mal eben unser Bett hier hin und verbringen mal eben hier die Nacht, damit das Ganze nicht wieder von Monstern belagert wird hier. So, dann nehmen wir uns hier ein bisschen Erde, die wir gerade nicht dabei haben. Wie müsste da hinten sein? Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Hoch, nicht wegschmeißen. Schön drin behalten den Kronleuchter. Okay, mit der Ausleuchtung müssen wir definitiv noch ein bisschen, mit der Ausleuchtung müssen wir definitiv noch ein bisschen arbeiten. Was wir für diese Quelle brauchen, ist, okay, das weigelt ziemlich dämlich. Die Quelle würde ich lieber erstmal draußen anbringen. Okay, der Soundeffekt ist ziemlich creepy. Und zwar setzen wir das so hin und schon haben wir eine Infinite Quelle. Und damit können wir jetzt hier den gesamten Raum ausfüllen fürs Erste. So, unser Essen geht langsam wieder zur Neige. Wir haben aber auch ziemlich viel gearbeitet. Das ist schon mal nicht übel. Damit können wir schon mal arbeiten. So, machen den ganzen Kram voll. Und füllen dann hier oben den Teich weiter auf. Das Problem wird sein, die Mitte zu befüllen. Dafür werden wir unten nochmal wieder den Boden füllen müssen, glaube ich. Nein, 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 das funktioniert so. Sehr schön. Das ist gut. Dann können wir jetzt hier, hier. Und dann haben wir sogar noch einen Eimer über. Das ist sehr gut. So, wir füllen den jetzt einfach wieder auf. Und schon haben wir hier unseren kleinen Teich angelegt. Sieht nett aus. Hier haben wir noch ein bisschen Erde über. Gut. Dann machen wir hier vorne noch die Tür zu. Und dann haben wir soweit das Ding fertig. Und können jetzt theoretisch mit der Beleuchtung weitermachen. Ich hoffe mal der Glowstone reicht. Doch wir haben ja noch genügend Glowstone mitgebracht eigentlich. Dann nehmen wir mal die Axt und zerlegen eben diesen Kronleuchter. Und unser Inventar ist voll. Hier schmeißen wir mal eben ein bisschen Kram rein. Und nehmen dann das Kram hier mit. So. Und aus Glowstone. Genau. So. Zack. Davon haben wir dann fünf. Das wird nicht reichen. Aber wir sollten theoretisch im anderen Haus noch mehr Glowstone rumsetzen haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Allerdings werden wir uns da drum in der nächsten Folge kümmern. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. T screams. Głos. Tppyten Tice T aller 兒. Yes. Vielen Dank.